Willkommen zurück liebe Leute der Schmelztiegel Doom Part 11 Da geht natürlich wieder was Nachdem wir gerade eben ziemlich viel gemetzelt haben im vorigen Part Jetzt haben wir schon wieder viel zu viel ein Die Schmelzen der Schmelzen der Schmelzen oh fuck hat nicht mehr lang das hat nur noch komplett umgenietet mann 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 oh ja fast ja 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 ich kann Klar, ne? Ist klar, Fettsau. Echt jetzt. Geht mir voll auf den Sack. Aber right now. Boah. Das ist natürlich schon heftig, ne? Jo, jo, jo. Was denn hier? Was denn hier? Was denn hier? Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütend ist, ist der Hellrocker auf dem Armseligen der Unterhaltung. Ich hab was gefunden. Sie knallen die Gesundheit nach oben. Undurchdringlich und unüberwittbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran. Ja, klasse. Ja, klasse. Ja, klasse. Das ist der Fall. Fack, nur den Arm raus, denn wir sind hier, hier, Stealth. Das ist doch ein fetterer Gehirn. Hier sind wir eigentlich noch am liebsten, sterben wir jetzt ein paar. Oder auch nicht. Siehste? Zack! Wie deine Nae, du bist gerade ein Shepard. Schau mal, wie man so eine beschliffene Hexe. Geht doch nicht, warum ich die Hexen enthöhe. Ach, Destiny! Jetzt auch diese Panien-Hexen gehen wir mal voll auf den Sack. Dann holt hier mal schon einen rein. So, er ist langs. Oh, wieder nicht getroffen. Heißer, seine Reihe Polter. Ja, meinen ersten Waffenpunkt haben wir schon mal. Und den blauen Kopf. Ne, der war doch gerade blau. So kriegt der jetzt schon wieder gelb. Ich bin hier erstmal wieder zurück. Ich bin hier schon mal ne gelbe rein. Kommt der jetzt rein, oder? So, jetzt muss ich jetzt natürlich... Boah, guck mal. Arena-Shooter. Da kommen wir jetzt schon zum Anfang. So, Brutality. Ne, die sind halt. Das war die gerade auch nicht. Aber ist egal. Geht ja weiter. Die kotzen mich an hier, die Fienders. Na, die auch. Da gibt mir mal ein bisschen Gesundheit. Hier haben wir mal ein paar Rüstung. Rüstung mit dem rollenden R. Mit dir kaputt. Zu Offer Kickern. Hier bin ich. Das war's für heute. 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 Oder unten drunter. Das war's für heute. 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 Zack. Sieht gut aus, was ich da mache? Ja. Oh, das sieht alles ganz schön unheimlich aus. Ah ja. Der zieht mir aber mit am meisten Schatten ab. Ey, voll forst du. Bob. Hör doch mal auf mit der Scheiße. Ach, noch ein Bob. Die verscheißen mich. Ist der Spawn oder? Neu. Mann. Von Poyun. Och. Ne Sporn. Gab hier doch vorhin schon aus. 4 oder nämlich ich muss jetzt einfach woanders hin noch brauche ich mir nützchen nützchen ja ich will jetzt der Degel von dem Hintergrund ja komm noch Munition und ja 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 hier we go again Jungs es ist mir eigentlich worst day ihr seid ich bin hier ach ja ja ich kriege mir jetzt mal ein bisschen Mund beim Latam von allem von dem Volldeb mal her hui schon heavy aber jetzt geht es glaube ich richtig an guck mal hier was ich hier alles einsam haben jetzt geht es glaube ich richtig ab holen wir noch einen Schluck Energy mit Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, zu späte Chancen. Ah, ich kann immer... Ja, 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 okay. Das ist ja klar. Muss schon direkt treffen. Ah, jetzt habe ich wieder zweimal geschossen. Nein, der ist mir genau... Ich habe wieder gut Munition. Ah, oh. Ich muss früher. Nein, mein Name ist quasi... Oh. Ah. Ja. 1 8 Wieder zu spät. Uhr. Was war das? Vollpfosten. Alter. Wieder zu spät. Okay. Gut. Not links. Das war's. Ich kann jetzt gerade zwei mal schießen. Jetzt hätte ich auch schießen können. Wartet mal, wartet mal, ey. Hat dich jetzt hier? Wartet mal, was ist denn das hier? Jetzt hätte ich auch noch 20. Nein, nein, ich bin gestorben. Da war ich schon so weit. Leck mich doch am Arsch. Hm, okay. Okay, wir schaffen das. Das gibt's doch jetzt nicht. Mit die ganzheitliche Storm und jetzt wieder einmal. Ja, super. Na gut, also wir wissen jetzt, was er macht. Ja, super. Ja, super. Vielleicht geht's auch mit. Wartet mal. Komm. Wartet mal. Oh, was war denn das? Oh, was war denn das? Hat er mir voll eine Nei gepoltert. Ja, wieso macht der das jetzt oben? Oh, was war denn das? 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 Oh, is das? Oh, was war denn das? Oh, was war denn das? Nee, das ist schon pervers, der Tüt, ne? Oh, nein. A-Fing went to a new war fire. Ey, zeig erst den Arm Alles geht also weiter Äh, wie, da kommt noch einer? Zwei? Ey, die wollen mich doch verscheißern Du hast ja, ich hab da, ich seh da Ich seh da gar nicht durch grad Hilfe Ich krieg hier nur eine Reine, das ist grad so poltert Jetzt sind wir noch zwei Siehst du das? Seht ihr das? Ich seh grad gar nicht durch Ich schieße einfach quasi Ob den in den See Ja, ein bisschen unfair seid ihr schon, ne? Zwei gegen ein Ich bin halt die Schädel Der geht morgen ab Diesen da Hallo? Da kommt bestimmt noch einer. Ne, ich hab mal voll gekriegt. Oh, oh. Was geht jetzt? Okay. Danke Leute fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.